Windstoß, Bitch! Oh, herrlich, oder? Oh, die schlafen! Oh, wäre das nicht lustig, wenn ich die einfach da runterschmeißen würde? Oh Gott, das wäre lustig, ja. Ist doch Wahnsinn! Umzingelt ihn? Niemand hat es gesehen. Halt's Maul! Oh! Pendeln. Jetzt hat es sich ausgependelt hier. So, und durchs Fenster. Nicht durchs Fenster? Mach doch wieder auf, Mensch. Es ist doch schön draußen hier. Ah, ja, so musst du ins Wasser fallen. Ah, ja. Ach, das ist ja auch ein Vorhang-Ding. Wunderbar. Ist das heute windig, hey. Gibt es doch nicht, oder? Eieiei. Nur noch den halben. Oh, ist das geil! Oh mein Gott! Und nach unten. Hammer, oder? Oh, ich habe so eine große Flasche. Schade, keiner mehr da. Halt mein Glasteppich. Flasche. Ja. Du brauchst... Scheißdreck brauchst du, du bist tot. Oh, wie cool das ausschaut. Ich habe keinen Schatten. Oh ja. Ja, hier nochmal eine Zusatzleistung. Bitch. Ich weiß nicht, hey. Ich schlampe? Ja. Hey, gut. So. Tschüss. Ja. Da ist er weg. Ist er. Da ist er weg. Und da habe ich ihn geschnitten. Nein, der gehört ja nicht. Ah, danke. Aber wo ist denn die Lady Scheißdreck? Ja, ist es so? Ah, nein! Ich wollte ihn doch nicht töten. Ach, ist mir das egal. So bin ich. In deinen Kopf geschnitten. Oh, ja, Mann. Ja, hier noch was. Ach, der liegt auf dem Toten drauf. Ich habe jetzt den Schlüssel zu Golden Cat's Kackding. Weil ich gesprungen bin? Oh, Gott. Ah, da fällt mir ein. Kamiamiha. Was? Was? ARD Text im Auftrag von Funk